Verantwortung im Unternehmen heißt für mich Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, eine gewisse Ernsthaftigkeit, aber auch sehr viel Spaß. Ehrenamtliches Engagement zu übernehmen, hier kann ich ständig über meinen Tellerrand hinaus gucken. Verantwortung bedeutet für uns die Balance zwischen der Familie und den Mitarbeitern zu finden. Verantwortung bedeutet für mich auch jungen Menschen eine Chance zu geben, nicht nur Auszubildenden, auch früher anzufangen, Praktikanten die Chance zu geben, ein Berufsleben kennenzulernen. Ja, wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen das neue Jahr zu starten und Sie bei den Gedankengutveranstaltungen in unserer Region begrüßen zu können. Lassen Sie uns gemeinsam Verantwortung unternehmen und kommen wir miteinander ins Gespräch.